ach nee was habe ich denn jetzt für einen bock miss gebaut was das nicht automatisch jetzt zusammen gemacht natürlich nicht straßenbahn das ist so hier straßenbahn genau was habe ich denn jetzt gemacht ja die voranbieter lang aber an einer anderen haltestelle ja ich muss die straße damit das ist bereits belegt ihr wollt mir noch verarschen muss hier der friedhof sein ich muss das gebäude lernen ich lehre das gebäude ganz einfach was waren hier gesundheitswesen friedhof und der friedhof erstmal hier unten her und lehren bis da leer ist und dann muss ich die straße unbedingt verbreitern okay 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 das dauert jetzt ein kleines bisschen sind 404 verstorbene war ja immer noch eigentlich dabei hier die firkasse situation zu sehen halt hier ist eine ganze menge stau hier an den kreuzungen ist bis ein fall ob es nur rot naja wichtig da sind waren die neuen hat jetzt ja auch nicht hier drüber fahren lassen warum vor drüber müssen die halt fahren du bist hier diese straße muss verwendet werden damit die jährigen rüber fahren können andere straße jetzt sehe ich hier nicht oder ich werde hier neu noch eine straße weiter aufbauen wer eigentlich keine schlechte idee und ist bereits belegt mit dem busbahnhof na klasse machen wir mal so und strick hier näher es geht natürlich nicht ein stück und immer noch nicht ihr wollt mich doch wohl verarschen soll aber zwei sprüche schwer hat ja keinen sinn wenn ich jetzt ich darf es nicht verschieben weil sonst muss ich ganze buslinien der 99 mann darauf habe ich keinen bock ja gut dann machen wir das vorhin ist von hier aus hier hier und da nach da und diese zwei straßen stufig auf ich habe natürlich wieder straßen waren gleise wo noch wo noch da unten natürlich die gingen wahrscheinlich hier so lang oder ich habe doch keine ahnung wo die lang führten scheiße so ja da ist zumindest eine toll ach wurde automatisch jetzt wieder hergestellt zwar führen die jetzt ein bisschen woanders lang hier ist jetzt plötzlich eine linie und verwirrt ich lasse es so ich lasse so vor es ausortet und hier dieses kleine stück kann weg dann können die nämlich hier so lang fahren und dann können der neue straßenbahngleise hin und wir sind zufrieden dann kann das kann hier diese verkehrssituation ein bisschen vermieden werden ok straßenbahngleise nun jetzt wirklich ich will auch endlich zu den zügen kommen ja gut wir fangen mal hier hinten ruhig mal an das bisher nur einspurig wo ich hier hinten die haben ja alle kein anschluss da wird es zeit dass sie einen anschluss kriegen allerdings außer dass die mülldeponie ok gut zu wissen so dann geht es gleich hier so rum da sind ja schon straßen waren leise gut dann brauche ich hier solche geht hier nämlich so rum so lang so lang so lang hier um die kurve hier rüber auch scheiße da habe ich jetzt ausversehen autobahnen weg gemacht und ich bin doch dumm aber es ist die autobahn das hier autobahn und besser zurück zu den straßenbahngleisen ja warum ist er jetzt okay muss ich nicht verstehen um da kurz ist es war kein anschluss schon war es erstmal umgebaut worden werden musste so dann hier so weiter 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 ruhig hier auf der großen straße lang führen kann sein dass die straßenbahn sogar da lang fährt wo der bus lang fährt eigentlich sollte das dann nicht so sein ja bis jetzt ja es sei nicht werde habe ich dann kein anschluss sagt dran ist natürlich misst auch nur kein tornado gerade wo ich hier alles baue so machen wir mal folgendes geht es hier weiter hier weiter hier weiter hier weiter da ist ja scheiße ich glaube dieses war werden wir nicht so gut davon kommt beim letzten hatten wir glück beim letzten hatten wir ordentlich glück trotzdem mache ich hier noch weiter dann hindere ich mich hier nicht scheiße das ist doch mal los stört das ein bisschen dass ich hier die route fast gleich mal muss ich hätte ich warten müssen bis ich oder ich mache sie doch nicht ganz gleich hahaha weißt du was ich werde dann noch ein paar straßen hinsetzen aber vorher muss ich noch mal kurz zum tornado schauen ja ist mal mit weiter jetzt sieht in richtung süden und da sind einige wohnhäuser verlassen oder gewerbehäuser oder wie oma muss natürlich abgerissen werden da sie denke ich auch alles wieder ganz gutes oder nie moment wo ist das hier ist das industriegebiet scheiße ja tonal kommt direkt auf und zu direkt kommt der auf und zu scheiße nein pause 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 müssen ganz schnell um die wir haben doch hier polizei kleine notunterkunft große notunterkunft in 70.000 dauer können wir unsere wohnhäuser einwohner mit schützen hat aber nur so wenig zu auch scheiße ich muss das was das hier irgendwie zugänglich für alle machen aber also eine kleine notunterkünfte wie viel passen da rein 1000 müsste ich theoretisch zehn herstellen aber kannst du auch für 20 also bei euch da sowas hin dann paar notunterkünfte ich hände ich weiß nicht oder zwei große da und da oder so irgendwie so ich weiß nicht egal wohin ich es hinsetze es müssen leute an sterben so zu sagen komm du ich da so hin okay okay dann mache ich mich jetzt noch mal zwischendurch um hier paar weiter straßen wollen später auch noch was hinkommt hier kann ja ruhig die kreuz und so weiter geführt werden da kommt dann wieder eine zweispurige straße hin und hier so weiter geht die zweispurige straße mal wir werden das jetzt hier alles schön bauen alles schön bauen nochmal und hier dann meine normale straße bis hier ganz deutsch geht und da muss ich jetzt noch mal schauen wo die zweispurige straße ankommt hier kommt sie an gut okidoki 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 so da kommt was hin hier kommt was hin und hier kommt was hin ich da schon mal zufrieden und hier kann man empfing die straßenbahn noch weiter lang fahren ich schon also so ein bisschen zufrieden wieder mit so bis dahin sind wir halt gekommen so muss ich halt jetzt hier rüber dann fährt die straßenbahn da so lang da so lang irgendwie muss sie auch dann da hinten wieder hinkommen scheiße ich habe das ein bisschen dumm hier alles gebaut ich muss mir erstmal nochmal von oben anschauen es wäre klüger wenn die straßenbahn so lang fährt so hier so rum warum mache ich das eigentlich nicht also hier gleich nach rechts also moment so kurz überlegen hier so lang dann hier so lang so ist dieses stück da überflüssig kommt da eine normale zweispurige straße hin so geht es weiter eine einspurige straße mit oberleitung kommt dann hier so lang hier 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 da und hier zweispurig bis hier hin und dann wieder einspurig ja sowas muss geplant sein ich einfach so drauf losbauen wir sind hier nicht in minecraft ok ok dann weiter geht es ist das soweit erledigt dann kann man hier rum nämlich vor dass da drin ist ja eigentlich theoretisch schon durch bussen abgesichert also kann ich hier mit der straßenbahn wieder zurückfahren würde ich mal sagen oder was denkt ihr oder ich mache hier den weg dann noch lang dann da und so rum dass in der mitte hier auch das angeschlossen ist ja mache ich auch so dass das das gut und dass da wieder zurück bauen mensch wo ich mal bitte was das hier genau ok 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 und hier da kommt normale zweispurige straße ja verkehrsanbindungen und mal wieder so ein kleiner kampf aber ich denke mal wir haben setzte jetzt müssen wir noch da zurückkommen wo haben wir angefangen da aber jetzt noch kurz schauen wo wir hier so lang führen ja einfach hier geradeaus immer geradeaus hier am rand so entlang hier so rum und dann hier hier so ja gut hatten wir das packen wir das packen wir das ist schön so dann ist hier kreuzung hier so rum da so rum geht es ja dann geht es da so lang das geht darum okay wir wollen ja hier lang da muss man kurz zweispurig hier rum und perfekt jetzt brauchen wir noch die straßenbahnlinie ist ja klar wo sollen die anfangen soll die ruhig hier anfangen sie fängt mal hier an irgendwo so da dann hier rum und da eine halte stelle da eine halte stelle die ecke eine halte stelle